Hallo Leute, Sue hier und Louis, Louis auch, schläft, ich will nur kurz was sagen und zwar bin ich ab Montag für 5 Tage weg, also bis Freitag und hab dann wahrscheinlich bis Sonntag keine Zeit, heißt, ja Gründe sind jetzt nicht so wichtig, wer so wissen möchte, nachfragen, heißt, ums ganz kurz zu sagen, ich bin bis Sonntag weg, bis zum nächsten Sonntag, heißt, bis zum 5 plus 6 bis zum 11. September, glaube ich, bin ich weg, ich guck einfach kurz auf meinen Kalender, ja, bis zum 11. September bin ich weg, solange kommt nichts hoch, in letzter Zeit kam sowieso wenig hoch, danach kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr hoch und ja, tschüss.